Hallo, Herzlich Willkommen. Wir fahren heute in der Umsiedszeit mit den NGT 13 wieder. Ähm, wir fahren heute, ähm, äh, Wetter, äh, Sommerlich mal wieder. . Erstmal den Motor hochfahren. einfach auf den Motorlauf passen. Es tut mir leid, dass ich es seit langem kein um zu zwei Video machen konnte, aber es geht schon wieder. Ich hatte zu viel Stress gehabt und so, aber tut mir leid. Doch mal, nein, nicht da, Fablan, breitende Schule, nein, 805, M also stärker, machen wir es so. Linie 0, 2, 4, 0, Brute 1, Blonsie hast du schon wieder Grafik? So wieder, Loco frei, halt so, so, so. so alles an und zacki 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 ja ja das aus ja so ja das ist gut da rüber tut mir leid weil ich seit ein paar tagen nicht mehr seit ein paar wochen oder tagen nicht mehr gespielt habe aber ihr werdet euch wieder daran gewinnen dass ich wieder da bin da im spiel einiges viel gebessert hat einsteigen bitte da 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 bin ich wieder grün bitte de so 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 fährt man so wie deine Busfahrer den ich kenne sogar der hat sogar auch nur gemacht ich glaube Dr. Richard war der super Leihland-Inglück gewesen nur Leihland so wir fahren weiter so 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 wir fahren weiter, super Es tut mir leid, weil ich heute so lustig bin. Zwerchäckerweg, Kurzstreckengrenze, umsteigen zur Linie 27a. So, meine Damen und Herren, wenn jetzt die Brücke so unter der Brücke durch, mit 70 Stundenkilometern. Wir erreichen Kürze Zwerchäckerweg. Existente Freizeit. Ja, ist doch gut irgendwie. Irgendwann mal wieder um die Zeit zu spielen. Das macht mich wieder cool irgendwie. Aber... bäm 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 bäm. automatisch tegäge komm 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 geh grün ich möchte rüber oberfeld ok dann weiß ich wo ich hinkommen habe oder den spiegel vergessen ich komme nicht vorwärts endlich mitzweiter wenn ich mal ich bin cool ich mach kunst arnika weg umsteigen zur linie 83 manno Ich muss nicht warten. Ich muss nicht warten. Guten Morgen. Spargelfeldstrasse. Aber doch Vollgas geben. Kette! Anker! Das war nur ein gesponnten Mensch. Ziegelhofstrasse. Umsteigen zur Linie 95b. Aber nur Vollgas geben. Vollgas! Versteigen. 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 Ich habe es in den Fonds. ... ... ... Hoppala ... 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 Ah, das ist so. Wo kann man den Lüfter noch einschalten? Lüfter, 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 Lüfter... Alpenmütische Arme Breiten Liebort, Kurzstreckengrenze Einfach nur Alpenmütische Arme Ich habe keine Klimanlage Tut mir leid Bitte Wir haben noch mehr Verständnis Der Bus wird eh bald getauscht Ich habe noch mehr Verständnis Unschuldigung Ja, immer Agarfenweg von Agarfenweg 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 Nein, wir sind weg Holgas Anker Klafen mehr als 70 Kilometer Agarweg Invalidensiedlung Klafen Es ist immer noch zu warm Egal In der Hitze Wo ich die Fenster offen habe Über 80 Kilometer fahren Aufpassen Aufpassen Neue S-Link Kurzstreckengrenze Neue S-Link Ich mag das Spiel gegen die Uhr Aber nur Brötchen machen im Bus und da kann ich keine Hand füllen Aufpassen 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 один Aufpassen Aufpassen ... Es tut manass. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du. Du ... Tuja Gasse. Ja, tut mir leid, dieouvelle Lage geht nie so gut. Hauptsache wir haben ein Grad Nutzwheel Grad runtergeklar, Awww, es geht nicht. Das sieht man so, ob man die Klimalage irgendwie niedrige kriegt, aber... wird nie funktionieren. Immer noch 26 Grad, aber es lohnt sich einen Schritt. Und dann kann man sich gut entspannen, wenn man abnimmt im Bus. Und dann kann man abnimmt im Bus. Und dann kann man abnimmt im Bus. Und dann kann man abnimmt im Bus. Invalidensiedlung, Endstation, bitte alle aussteigen. Und dann kann man abnimmt im Bus. 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 So. Und dann kann man abnimmt im Bus. Und dann kann man abnimmt im Bus." Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020